Der Junge, der als Maegor der Grausame in die Geschichte von Westeros eingehen sollte, wurde zwölf nach Aegons Eroberung auf Drachenstein geboren. Seine Eltern waren Aegon der Eroberer und seine Schwestergemahlin Visenia. Er war der jüngere der beiden Söhne Aegons, sein Halbbruder Aenys war etwa fünf Jahre älter als er. Doch im Gegensatz zu ihm war Maegor groß und kräftig. Angeblich war er als Baby beinahe doppelt so schwer wie Aenys gewesen war. Die beiden standen sich nicht besonders nahe. Aenys wurde nach dem Tod seiner Mutter Rhaenys vor allem von Aegon aufgezogen und wohnte mit ihm in Königsmund, während Maegor und Visenia die meiste Zeit auf Drachenstein verbrachten. Dort wurde Maegor auch zum Ritter ausgebildet. Er bekam sein erstes Schwert schon im Alter von drei Jahren und zeigte schnell eine außergewöhnliche Begabung für den Kampf. Als er acht war, wurde er zum Knappen gemacht. Im selben Jahr tötete er angeblich ein Pferd, das ihn getreten hatte, und verletzte einen der Stalljungen, der dem Pferd helfen wollte. Außerdem werden Geschichten überliefert, nach denen er schon als er drei war, Katzen mit seinem Schwert getötet haben soll. Doch ob das stimmt oder ob diese Geschichten später erfunden wurden, um seine Grausamkeit zu unterstreichen, ist unklar. Nichtsdestotrotz lernte er schnell, mit Schwert und Lanze umzugehen. Im Alter von 13 Jahren war Maegor bereits in der Lage, erfahrene Ritter im Nahkampf zu besiegen und war ein exzellenter Turnierreiter. Während dieser Zeit waren mehrere Drachen auf Drachenstein geschlüpft, doch Maegor wählte keinen von ihnen zu seinem Reittier aus, sondern gab stattdessen damit an, dass es nur einen Drachen gab, der seiner würdig war, Balyrion, der Schwarze Schrecken. Als seine Nichte Rhaena geboren wurde, kam die Frage auf, ob sie Maegor von seinem Platz als Aenys Nachfolger verdrängen würde. Um zukünftige Konflikte zu vermeiden, schlug Visenia vor, Maegor und Rhaena zu verloben, doch sowohl Aenys als auch der hohe Septon sprachen sich dagegen aus. Dieser schlug vor, dass Maegor stattdessen seine Nichte, Cerysse Hohenturm, heiraten könnte, wofür König Aegon sich letztendlich entschied. Zum 13. Geburtstag schenkte Visenia Maegor ihr Schwert aus waldürischem Stahl, dunkler Schwester und kaum ein halbes Jahr später heiratete Maegor Cerysse, die etwa 10 Jahre älter als der junge Prinz war. Am Morgen nach der Hochzeit prallte Maegor damit, einen Sohn gezeugt zu haben, doch Cerysse wurde nicht schwanger und die Ehe blieb kinderlos. Als Maegor 16 war, nahm er am Turnier von Schnellwasser teil, in dem er drei Ritter der Königsgarde vom Pferd stieß, bevor er selbst besiegt wurde. Im Buchort danach gewann er allerdings, woraufhin er von seinem Vater zum Ritter geschlagen wurde. Damit war er der jüngste Ritter in Westeros. Später begleitete er zwei Expeditionen auf die Trittsteine, um einen Piratenkönig zu besiegen, bei denen er sich in mehreren Schlachten durch seinen Mut und sein Geschick mit dem Schwert hervortat. Kurz darauf leitete er die Jagd auf den Riesen vom Trident, einen Raubritter in den Fluss landen, den er eigenhändig tötete. Als sein Vater 37 nach Aegons Eroberung auf Drachenstein starb, hielt Maegor die Trauerrede. Kurz darauf wurde Maegors Halbbruder Aenys zum neuen König gekrönt. Bei dieser Zeremonie erklärte er, dass Maegor nie wieder vor ihm knien müsste und sie Westeros gemeinsam regieren würden. Dabei übergab er Maegors Schwarzfeuer, welches er von nun an anstelle von dunkler Schwester nutzte. Viele im Reich sahen diese Machtteilung als ein Eingeständnis von Schwäche, so auch Visenia, die der Meinung war, dass Maegor statt Aenys auf dem Thron sitzen sollte. Und schon kurz nach Aenys Krönung brachen die ersten Rebellionen aus. Nach dem Tod seines Vaters beanspruchte Maegor endlich dessen Drachen, Valerion, für sich. Auf ihm flog er nach Hohenair, zum Sitz eines der Rebellen, dessen Soldaten ihn aus Angst vor dem Drachen hastig töteten und sich ergaben. Trotzdem ließ Maegor sie alle hängen. Wenig später wurde er von Aenys zu seiner Hand des Königs ernannt, nachdem die alte Hand im Kampf gegen die Rebellen ihr Leben verloren hatte. Schließlich gelang es ihnen, sämtliche Rebellionen niederzuschlagen, und die beiden Halbbrüder regierten zwei Jahre lang relativ friedlich als König und Hand. Dies änderte sich 39 nach Aegons Eroberung, als Maegor seine Frau für unfruchtbar erklärte und Arlis Aegon in einer valyrischen Heiratszeremonie heiratete, nachdem er darin gescheitert war, seinen Septon zu überzeugen, die beiden am Glauben der Sieben zu trauen. Sowohl Aenys als auch der hohe Septon protestierten vehement. Maegor wies darauf hin, dass auch sein Vater zwei Gemahlinnen gehabt hatte, doch das hielt den hohen Septon und seine Frommen nicht davon ab, Arlis als Maegors Hure zu bezeichnen und eine Auflösung der Ehe zu verlangen. Aenys stellte seinen Bruder schließlich vor die Wahl, sich entweder von Arlis zu trennen oder für fünf Jahre ins Exil zu gehen. Maegor entschied sich für das Letztere und reiste mit seiner neuen Frau nach Pentos. Schwarzfeuer nahm er dabei entgegen des expliziten Befehls des Königs mit sich. Nur ein Jahr später kam es zu erneuten Spannungen zwischen dem Glauben und der Krone, als Aenys seine Kinder Aegon und Rhaenor vermählte. Diesmal eskalierten die Konflikte allerdings, im Aufstand der Militärischen Orden des Glaubens, der Aenys sogar zwang nach Drachenstein zu fliehen, wo er bald an einer Krankheit oder Gift starb. Daraufhin flog Visenia nach Pentos und holte Maegor aus seinem Exil zurück. Auf Drachenstein erklärte er sich zum neuen König, da der rechtmäßige Arbe seines Halbbruders, der junge Prinz Aegon, in Burgralenhall belagert wurde. Als der Großmeister es wagte, Widerspruch dagegen zu äußern, richtete Maegor ihn eigenhändig als Hochverräter hin, woraufhin die Witwe seines Halbbruders mit ihren Kindern nach Driftmark floh. Daraufhin verfasste Maegor einen Brief an die Lords von Westeros, in dem er sich zum König erklärte und die Lords vor die Wahl stellte, sich entweder ihm anzuschließen oder als Verräter getötet zu werden. Als nächstes flog er mit Visenia nach Königsmund, das von den fanatischen Söhnen des Kriegers besetzt war. Auf Visenias Hügel stießen tausende Targaryen-Loyalisten zu ihnen und Visenia forderte die Söhne des Kriegers auf, sich einem Kampf zu stellen. Diese nahmen an und die beiden Seiten einigten sich auf ein Urteil der Sieben, in dem jede Seite sieben Krieger stellen würde, die bis zum Tod gegeneinander kämpfen würden. Maegors Königsgarde befand sich noch auf Drachenstein, also bat er die Leute aus der Menge, an seiner Seite zu kämpfen. Zuerst meldete sich niemand, doch als schließlich der einfache Waffenknecht Dickbohne vortrat, waren die Ritter so beschämt von seinem Mut, dass sich schnell genug Krieger fanden. Der Kampf begann und bald waren nur noch Maegor und zwei Söhne des Kriegers am Leben. Maegor gelang es, die beiden zu töten, wurde dabei aber von einem schweren Schlag auf den Kopf getroffen, woraufhin er ohnmächtig zusammenbrach. Daraufhin war er 30 Tage bewusstlos und wurde zwischenzeitlich sogar für tot gehalten. Während dieser Zeit erklärte Alyssa Velaryon ihren Sohn, Prinz Aegon, zum rechtmäßigen König. Maegor erwachte erst, nachdem seine zweite Frau, Alys Aegon, sowie seine Geliebte, Tiana vom Turm, aus Pentos eingetroffen waren und sich seiner Pflege annahmen. Kurz nach seinem Erwachen bestieg er Valerion und brannte die Gedächtnissepte, das Hauptquartier der Söhne des Kriegers in Königsmund, nieder und ließ alle Überlebenden von Bogenschützen erschießen. Außerdem befahl er den armen Gefährten, einem weiteren Kriegerorden, die Waffen niederzulegen. Als sich diese weigerten, befahl er sie zu töten. Der hohe Septon antwortete, indem er alle Gläubigen dazu aufrief, Maegor zu stürzen und die Herrschaft der Targaryens zu beenden. Im selben Jahr errangen Maegors Armeen zwei große Siege gegen die Rebellen, in Schlachten bei Steinbrück und am Schwarzwasser, woraufhin sich immer mehr Lords seiner Seite anschlossen. Wenig später heiratete er auch Tiana vom Turm in den Ruinen der Gedächtnissepte, wo noch immer Leichen der Gläubigen verstreut waren. Maegor tötete über ein Dutzend Septonen, bevor sich einer bereit erklärte, die Heirat durchzuführen. Auch seinen zweiten Großmaester tötete er, als dieser Einwände vorbrachte. Zudem forderte er Lord Lyman Lannister auf, ihm Aegon und Rhaenor auszuhändigen. Dieser weigerte sich zwar, stellte ihnen aber auch keine Armee zur Verfügung, um ihren Anspruch auf den Thron durchzusetzen. In Königsmund führte Maegor währenddessen den Bau des Roten Bergfriedes fort, den sein Vater begonnen hatte. Er ließ viele Geheimgänge einbauen, sowie ein riesiges Kerkersystem. Etwa ein halbes Jahr beschäftigte er sich ausschließlich mit dieser Angelegenheit und überließ es seiner Hand, Lord Lucas Aegon das Reich zu regieren und den Krieg mit dem Glauben fortzuführen. Doch schließlich hatte Maegor genug. Er zerstörte mit seinem Drachen die Sitze mehrerer rebellischer Lords in den Westerlanden, während Visenia dasselbe in der Weite tat. Danach flogen sie zusammen nach Alsas. Durch Mord oder einen unglaublichen Zufall, vielleicht war es auch der Wille der Götter, starb der Hohe Septon genau in der Nacht vor ihrem Eintreffen, wo aufhin Lord Hohenturm Maegor bereitwillig die Tore öffnete. Der König wurde vom neuen, fast 90 Jahre alten und leicht dementen, Hohen Septon gesegnet und verblieb eine Weile in Alsas, um den Konflikt beizulegen. Der Hohe Septon löste den militärischen Orden des Glaubens auf und auf die verbliebenen Mitglieder wurde ein Kopfgeld ausgesetzt. Den Söhnern des Kriegers ließ Maegor allerdings nur die Wahl zwischen der Nachtwache und dem Tod. Sieben der wichtigsten von ihnen, die den Tod wehten, richtete er selbst hin, während der Rest von ihren eigenen ehemaligen Ordensbrüdern getötet werden musste. Nur der Bruder des Lords von Alsas wurde begnadigt, da Maegor sich inzwischen mit Haus Hohenturm und seiner ersten Frau Serüse versöhnt hatte. Damit haben wir zwar gerade einmal den Beginn von Maegors Herrschaft sowie seine ersten Hürden als König behandelt, doch Maegors Zeit auf dem Eisernen Thron war trotz ihrer relativen Kürze so ereignisreich, dass ich mich entschieden habe, sie in zwei Teile zu teilen. Falls ihr also gespannt seid, wie sein Konflikt mit seinem Neffen Aegon ausgeht und warum Maegor der Grausame genannt wird, solltet ihr euch den zweiten Teil dieses Videos angucken, der in den nächsten Wochen veröffentlicht wird. Ich hoffe, ihr habt in diesem Video etwas gelernt oder es hat euch zumindest gefallen und wir würden uns sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Falls ihr weitere Themenvorschläge habt, hinterlasst diese gerne in den Kommentaren.